Willkommen zu einem neuen Video des Teilekanals. Nun, ich habe ein kurzes Video für Sie aufgenommen, um eine sehr einfache Möglichkeit zu sehen, um zu überprüfen, ob der Motorkühlmitteltemperatursensor gut funktioniert. Dafür benötigen Sie ein Multimeter, dies ist der Sensor ist von einer Suzuki. Dieser hat drei Pins, die meisten haben zwei und was ich tun werde, ist den Widerstand zu messen. Jetzt ist er heiß, weil wir ihn bei warmem Motor ausgebaut haben, aber draußen kühlt er schneller ab und die Werte der Widerstand schneller steigen sollte. Man kann den Test auch im Fahrzeug machen, ohne es zu zerlegen, aber natürlich, wie soll es? Viel langsamer abkühlen, weil das lange dauern würde, deshalb sage ich, dass es ist ein sehr einfacher Weg. Wenn man es sich anschaut, es braucht drei Pins, hier führen sie normalerweise zum Messen des Widerstands, schau auf. Die gegenüberliegenden Pins, du siehst, 807, 808, 809, du siehst, wie schnell es draußen abkühlt das Fahrzeug. Sagte ich, das funktioniert einwandfrei. Man kann diesen Test machen, es ist sehr sensibel, du brauchst nur das Multimeter. Hier hast du dieses kurze Video, wenn es nützlich war. Vergiss nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren. Vielen Dank. Vielen Dank.